Ja, hallo, ich bin hier mal wieder der Johannes hier am Start. Und heute spielen wir das Spiel... Ja, Ralf, wie heißt denn das hier nochmal? For the Tales of Cube 2, das ist ein sehr important Game. Ja, das spielen wir heute jedenfalls. Das kam heute ganz neu raus, habe ich gehört. Genau. Ja, ich hoffe, es wird euch hier beim Zuschauen so viel Spaß machen wie mir, als ich das hier so gespielt habe. Und ja, lasst ein Like da, vielleicht abonnieren, ich würde mich freuen. Tja, also Ralf, was muss man jetzt eigentlich machen? Ja, man muss natürlich rumgehen und jumpen und jumpen. Also jumpen ist auch das Englisch, das heißt auf Deutsch springen. Es wurde halt vom Game so erfüllen, dieses Wort. Also da wecht man eigentlich meistens von den Gegnern ihren Schüssen auf. Oder wie gerade eben beim Johannes hier, der hat mich geteamt gelegt. Und er muss natürlich, wie gerade eben, wie ihr das sehen könnt, bei mir halt natürlich die Gegner kaputtklappen. Wie kann man, wie kann man die Waffe wechseln? Äh, mit, na, natürlich gerne das mit, äh, Squire-Region. Achso, 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 ja, hätte ich sagen. Ja, ja, jetzt wird die Map gechanged, also das heißt auf Deutsch gewechselt. Das habe ich auch heute erst gelernt. Ja, und dann geht es jetzt weiter? Ja, gleich, ähm. Achso, achso. Und wenn du T drückst, dann kannst du hier so schreiben, wenn du willst, also. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert, wie das geht. Muss man nicht, ne? Achso. Also wie gesagt, dieses ist ein ganz einfaches Spielprozip und, oh. Hey, warum bin ich tot? Ja, dann wirst du euch ja mal warten, eben recht auf das, in so einer Zeitwisch. Ja, ich, ich bin in, äh, in so einem Eiffen-Zirkus. Äh, ich komme da nicht vorbei. Ah, okay. Ah, warum treffe ich dich nicht? Äh. Äh, okay. Äh. Ah, okay, ich, äh, glaube ich, äh. Warte, willkommen noch mal in der Köln. Ähm, wie bitte? Warte, 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 nee, äh, die ist, glaube ich, israelisch, also am Necke und heißt, ähm. Ja, ich, ich kann schon sein, ne? Aber das sagen immer ganz hirren. Ja, das heißt, äh, zugleich, äh, guten Tag und auf Wiedersehen. Ah, jetzt verstehe ich. Moment, ich mach mal hier so den... Johannes, ich hab noch Johannes... Kann man den Zaun drunter machen? Ah, okay, dort. Ich hab da noch mal ne Frage, Johannes. Hast du eigentlich deinen Elfsatz, äh, fertig geschrieben, den du am Montag abgeben musst? Wie bitte? Deinen Aufsatz, hast du den abgegeben? Meinen Aufsatz? Ich mach den fertig geschrieben, den du am Montag abgeben musst. Äh, äh, ne. Ne. Ne, hab ich nicht. Ja, dann musst du aber beschleunigst hier anfangen nach dem Game, ne? Ja, ich, ich, äh... So lange Zeit wird nicht, dann schmeiß ich dir die Prügel raus, du. Aber das kannst du mir glauben, ne? Ne? Nö? Ne? Ja, ne? Ja, was, ne? Ja, ja, Kuchen oder je? Ne. Ja, wat denn? Ne, in welcher Fallscherfach? Öh, ja, wat wir heute haben, so ein Mathe, ne? Mathe. Mathe, Rucki. Aber das kann ich doch nie. Ja, wie, du kannst nicht, Mathe, du bist doch mein, äh, mein Spitzenschüler, du. Ne. Oh, ich, ich gibt sogar eine Kettensäge. Ja, die gibt noch Kettensäge. Ist das so wie das Messer in Call of Duty? Ja, wie das Messer, aber die kannst du nicht wie, 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 wie V so reißüllen und dann jemanden abschlitzen, die Kehle abstechern und so. Achso, also ist das so ähnlich wie, ähm, Call of Duty? Ja, kann man so sagen. Achso. Ich muss jetzt mal aufbäste, dass da keine, äh, da oben drüben ist und ich glaube, ich würde abgeschossen. Ah, gut, da ist der Ausgang. Ja. Äh, ich bin schon wieder, du, das gibt's doch gar nicht. Sie kehren, wenn wir noch kommen. Ey, immer von ihr seht doch von hinten, du, das gibt's doch nicht. Und, Johannes, was sagst du vom Spiel, du? Also, ich find's zwar ganz cool, aber die Grafik ist leider nicht so. Ja, das hat viele gemacht, aber ähnlich cool. Ey, warum bin ich jetzt Spectator bei irgendein Teamkills? Tja, ey, du, warum hast du das gemacht? Kann ich jetzt weiterspielen? Du kannst mir zugucken. Okay, nein, das ist, das ist für mich zu hyperaktiv hier. Da braucht man richtig viele fette Reflexe und das hab ich halt nicht, ne? Ja, und man trifft auch nie und so. Man kann, man weiß nie, wer jetzt Gegner ist und wer nicht. Ja, da waren jetzt auch nicht gerüttelt oder so. Ich würd' mal sagen, die gehen jetzt beide mal raus, also ungeschnitten und so. Ähm, ja, also einfach Escape, also diese oben links, diese Dost und einfach Disconnect drücken. Das heißt, äh, verlassen. Auf dich. Ähm, wo, ah, da, ich hab's gefunden. Ja, dann gehen wir selber Purser und fiss mal. Moment, Moment, ich will hier noch kurz so den Zaun darunter stellen. Und wir gehen auf den nächstbesten Server von CubeEdit. Von CubeEdit. Ich, ich fänd' den nicht. Easy Race CubeEdit. Also hier, Easy Race, der Server. Hm, nee. Oder nee, nee, geht da nicht. Ah, Easy Race? Nein, 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 nein. Oh, jetzt, ich bin schon drauf. Okay, ja, 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 ich geh auch, Trace. Moment, ich muss hier kurz nach so meiner Flasche Apfelschorle, dann ich hab da mal du aus. Die Map wird gegadet. Ja. Was muss man hier jetzt machen? Äh, läd's bei dir grad. Ich bin schon drauf. Äh, okay, wo, du bist denn, ne? Aber nicht töten, okay? Oh, ich bin, ich bin hier. Oh, nicht töten, hallo? Komm, wir, komm, den Klatschen, Jörn. Oh, Junge. Den Klatschen, Jörn, du. Ey, du Wipp, du Johannes, kann ich dir mal was sagen? Klar. Okay, nee. Ähm, ich mach mal jetzt mal Flayhack an. Ey, wie, wie geht das? Du möchtest einfach E drücken, du Hörnse. Hä? Und warum kann ich hier fliegen? Weil das eigentlich ein Editor ist. Wenn du da, wenn du jetzt mit deinem Skollrädchen da drehst, dann kannst du dir so ein Würfel rausziehen können. Guck, siehst du hier? Siehst du hier? Guckst du hier, hallo? Guck mal hier. Siehst du das einfach so? Äh, was? Dass da so ein Würfel ist. Was ich hier baue? Nein. Okay. Hm. Ja, das ist Traumel. Also siehst, ey. Johannes, Homel. Siehst du, dass ich da eben auf dem Block da fliege, oder? Nein. Und wo bin ich dann? Bin ich, bin ich ganz normal auf dem Bilden, oder was? Hilfe. Ey, was ist das? Wo auch? Leg das, ist das doch bei dir auch stehen? Ja, lass mir das gleich in die Höhe. Oh, jetzt ist zu spät. Okay, lass uns mal auf Nuke gehen, also hohst du bei Bungie CL 1337? Oh nee, das hätte ein kleineres Wort. Dann lass uns mal auf, ähm.. 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 Ne vist nam? Irrelium... Ne, da wären wir ja gerade. Eeeemm.. So ja, für zwei auf der Lote sind nur Leute, 3F ... Ähhh.. ähm, Waysing Reloading nee, nee, überhaupt ist es doch gleich, du ähm, ich schaue ja, okay, dann lassen wir, ähm gehen wir 2 hin, okay, oben 2 drücken ja da steht CubeEdit, ähm, 3server.de ich schaue das hier schon mal 3server.de ja, ich finde den nicht okay, was findest du auf der zweiten Seite? CubeEdit, irgendwas mit CubeEdit nein, nein, ja, 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 wow, kennst du, äh ich seh hier, gehen wir lieber auf normale Server 3server, das, ja, okay ähm, ja, ähm, 10 von 60, gehen wir auf den 10 ey, den, den hier passt, passt der lang Venis, Venis Inferno, nee, Venis Inferno wow da, Venis Inferno 2 ich find den nicht der ist von, also 9 von 60 Spielern ah, da, ja, ja, ich geil, ja ja oh, das Spiel, du, ne, das ist schon cool, finde ich hab selber das ich bin, aber, da sind irgendwie nicht bei mir ist, 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 hier ist schon wie die IP gebannt, ich glaube, ich weiß nicht, warum alles so ist ja, warum ist denn das so? ich hab jetzt also wieder direkt gebannt ja, den, na, nicht mehr rausgehen und geh mal wieder Pasteland, ich geb Pasteland, okay wo? ich, ich bin jetzt auf Pasteland ah, ich geb ja auch in Pasteland ja, wo bist du, ich bin schon tot ich schlipp schon äh, ja, ich so, ich bin hier, ne? ja, was hast du, was hast du was gerade getrunken ja, ich hab ein Wasser getrunken und wer fragt deine Mitte dazu? die mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich Wasser ziehe ganz gut also ja so, was muss man hier jetzt machen? äh, Alpha töten und, äh, die Flagge einnehmen also, wie, äh, vor 60 Jahren, äh, die deutsche Flagge mal und wir waren, ja ja, äh, äh, ja einfach die Flagge, äh, zu sich zu können ab ach so ja ja, jetzt geht ja easy, easy, beasy, level, squeezy, ne? was man so in ja, ja äh, genau was man so sagt genau Rott? no? hallo? ja, ich hab grad irgendwie ein Blatt ja, ich weiß, weil du hier so kacka bist erhoscht ich den immer noch oder ist er vorbei? ja ja ja